Hallo und Willkommen zu den Jahren Hardware Starts vom 5.12. bis zum 11.12.20 Hardware auf dem 1.12. Nintendo Switch OLED-Modell mit 12.922 Verkäufen und 3.398 Verkäufen auf dem 2.12. Nintendo Switch mit 30.68 Verkäufen und insgesamt 8.458 Verkäufen auf dem 3.12. Nintendo Switch Lite mit 34.600 Verkäufen und insgesamt 4.394 Verkäufen auf dem 3.12. Playstation 5 mit 16.615 Verkäufen und insgesamt 1.136 Verkäufen auf dem 3.158 Verkäufen und insgesamt 7.387 Verkäufen auf dem 3.12. Playstation 5 mit 16.615 Verkäufen und insgesamt 3.1.101 Verkäufen auf dem 7.1.5. YpsX mit 1.136 Verkäufen und insgesamt 2.24.335 Verkäufen auf dem 8.1.5. YpsX mit 2.18.000 Verkäufen und insgesamt 7.615 Verkäufen auf dem 9.0.0. Nintendo Switch Lite mit 64 Verkäufen und insgesamt 1.86.455 Verkäufen auf dem SoftBi auf dem 1. Schlafprogramm Klamizin Popur mit 37.667 Verkäufen und insgesamt 3.1.7084 Verkäufen auf dem 9.1.872 Verkäufen und insgesamt 3.7.882 Verkäufen Auf dritten Platz Saturn 3 mit 51.350 Köpfen, Gesamt 394, 74, 97, 14. Auf vierten Platz Switch und der Harley-Night auf der Nintendo Switch mit 39.749 Köpfen. Auf fünften Platz Switch und der Harley-Night auf der PS4 mit 96.885 Köpfen. Auf dem sechsten Platz Marca 18 Lux mit 51.883 Köpfen, Gesamt 49, 97, 47, 48. Auf dem siebten Platz Maykauf mit 21.090 Köpfen, Gesamt 298.728. Auf dem achten Platz Sport mit 17.790 Köpfen, Gesamt 810.251 Köpfen. Auf dem neunten Platz Mario und der Platz Wachserhof mit 13.474 Köpfen, Gesamt 31.013 Köpfen. Und auf dem neunten Platz Mark Helbiens, Gesamt 11.390 Köpfen, Gesamt 938.580 Köpfen. Das waren die Abenteuerung von den Top-Wertscharts vom 05.12. bis zum 05.12. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's.